Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 7. In dieser Folge habe ich die Base massivst umgebaut. Massiv, es ist richtig viel passiert, wie ihr eventuell schon sehen könnt, jetzt einiges. Werdet ihr alles in der Folge sehen, kurz in Schritten, wie wir es überarbeitet haben. Deswegen möchte ich noch nicht allzu viel zeigen, aber die Base hat sich gewandelt und im Keller auch noch und vieles, vieles mehr. Seht ihr jetzt in diesem Video, da steckt so ein 5-Stunden-Leistung oder so dahinter, wo wir gebaut haben und richtig, richtig viel gemacht haben. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut da mal rein. Das ist ein mega, mega großes Base-Update. Und wenn ihr alle weiteren Folgen im Überblick behalten wollt, würde ich mich freuen, den nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dann vergesst ihr es nicht, kriegt immer eine Benachrichtigung. Ach ja, bevor ich es vergesse, in der letzten Folge hatte ich den Beacon hier gemacht. Ich war im Nether, habe Wither Skiles gefarmt, habe den Wither auch gekillt und bin draufgegangen. Naja, oder fast, Totem hat sich ausgelöst. Aber wenn ihr es nicht gesehen habt, per Infokarte ist verlinkt, schaut da mal rein. War auf jeden Fall auch eine richtig krasse Folge. Aber ja, dann würde ich auch schon sagen, legen wir los mit dem heutigen Video. Let's go. So, legen wir los. Ich habe ja schon mal ein bisschen was gebastelt. Zunächst mal den Aufzug zu dieser Etage. Base-Bau entwickelt sich weiter. Wir können jetzt in den verschiedenen Etagen switchen, so wie wir wollen. Wenn wir einmal hochgehen bis ganz nach oben, kannst du so reingehen. Okay, fällst runter. Okay. Und wenn du nochmal runter willst, einfach nochmal ein Stück nach hinten laufen. Flupp. Auch alles eingefangen. Und auch die Wände sind komplett ausgekleidet mit Holz und so. Und wenn ich jetzt hoch will, einfach immer jetzt an die Wand laufen. Zack. Und dann kann ich immer rausgleiten. Diese drei Blöcke reichen vollkommen aus, damit ich hier einen Ausgang erwische. Ich habe das in der Tiefe ein bisschen verschoben. Ursprünglich hatte ich gedacht, dass ich auch den zweiten Wasserstrom dahinter mache. Aber ich habe es jetzt einfach in einen gemacht, weil das dann besser ist und flexibler ist zum Rauskommen. Gut. Und ja, mit dem Beacon, den wir in der letzten Folge gemacht hatten, kommen wir ganz gut hier voran. Haste macht einiges aus und die komplette Base, die wird jetzt gleich komplett anders aussehen. Und da gehe ich nochmal los. Vielleicht werde ich tatsächlich hier die Steine, die ich dabei habe, mal bei den Masons vertauschen oder so. Ja, das ist halt echt so ein Zeitding. Wenn es rein um Emerald Farmen geht, dann ist halt vielleicht schneller Glas zu nehmen. Aber dann wandle ich das vielleicht einfach um. Also Stein, den ich hier sammle, direkt in Quarz umgewandelt am besten. Gehe ich zu den Masons, tauscht gegen Emeralds ein und direkt gegen Quarz. Machen wir einfach mal. Aber das wird jetzt auch ein kleines bisschen dauern. Ich darf jetzt mal die komplette Base hier vergrößern. Ich war auch im Überlegen, ob ich jetzt hier noch weitere Beacons hinsetze. Hier ist erstmal ein Eisenbeacon. Da kommt noch ein Deerbeacon hin. Genau, Deerbeacon kommt noch. Emeraldbeacon kriegen wir auf jeden Fall easy hin. Plus Goldbeacon. Goldbeacon wird tatsächlich das Schwerste werden, weil Gold eine etwas seltenere Ressource ist. Das kriegst du ja nicht so massenhaft gefarmt, außer durch eine Goldfarm. Und selbst wenn, muss er da ewig stehen, damit da so viel zusammenkommt. Es sei denn, du killst die irgendwie per Hand oder so. Und vielleicht kriegen wir das ja hin. Eigentlich können wir da bestimmt irgendwie per Hand killen. Nämlich auf der anderen Seite die Farmen so ein bisschen umbauen. Naja, umbauen. Ich werde einfach nicht umbauen, aber wir könnten ja. Auf der einen Seite sind ja diese Minecarts, wo die, ähm, was ihr die Nethergoldfarm kennt. So drei Minecarts, wenn da Pikmin reinfallen, die werden dann da gekillt. Von allein durch Entity-Cramming. Aber ich kann auf der anderen Seite, je nachdem, wo ich mich als Spieler hinstelle, rennen ja die Pikmin hin. Hinstellen und die mit dem Schwert killen mit Looting 3. Und dann sollte wesentlich mehr Gold bei rumkommen. Das wäre vielleicht noch was. Und ich sammle irgendwie gerne das an. Der sieht ja ein oder andere. Joa, dann würde ich sagen, lasse ich mal na, ja, mit der Eskalation mal freien Lauf. Denkt dran, die Spitzhacke zu reparieren. Und wir bauen mal hier unten die Base ein bisschen aus und gucken mal, wie viel wir auswählen. Dann haben wir es gleich. Gut. Unten der Base ist ein bisschen ausgebuddelt worden. Aber ich bin gerade überlegen, wie ich das mit den Beacons generell mache. Wir könnten, weil hier die Fläche auch noch gar nicht genutzt ist, der Beacon geht von unten ja hier einmal durch die Decke durch, an dem Brunnen vorbei nach oben. Wir könnten hier hinten nochmal ein Beacon setzen sozusagen, dass hier eine weitere Pyramide kommt. Die geht dann hier nach oben. Und das ist auch hinter dem Brunnen so ein kleines Bissen. Das passt voll gut. So wie hier würde auch noch gehen. Das ist so ein bisschen hier neben dem Weg, der zur Rotpilz führt. Und hier vorne, das wäre komplett auf dem Weg, also genau auf dem Weg zu Rotpilz. Aber da würde ich den letzten Beacon dann hinbauen mit Gold. Ich glaube, aktuell fliegt jeder und läuft nicht mehr von A nach B. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Hier würde dann der Goldbeacon hinkommen. Und da kann ich die anderen drei zuerst mal machen. Und so würde ich sagen. Also diese Area ist für Beacons reserviert. Ich habe sowieso überlegt, was ich hier machen kann. Gegebenenfalls werde ich hier oben jetzt auch mal ein bisschen umbauen. Wir könnten hier noch einen Weg wieder machen. Drei Blöcke breit. Hier können wir irgendwas hinsetzen. Ich weiß nicht, was Sinn macht. So ein fünf Blöck breiten Ding oder so. Oder einfach eine Fläche offen lassen. Und hier haben wir dann auch noch Platz für irgendwas Neues. Da bin ich auch nochmal am Gucken. Vielleicht nochmal eine kleine Kaktusfarbe. Irgendwie sowas, was mir noch fehlt. Wo dann kompostiert wird oder so. Kompostieranlage und alles kommt dann in den Keller rein. Die habe ich jetzt ein bisschen besser ausgebaut. Und wir könnten mal rangehen und das Fuchsgege abbauen. Und wisst ihr, was ich dafür mache? Ich hole jetzt massiglein und ziehe alle Füchse nach drüben. Und das Fuchsgege. Ich habe da mal getestet. Die Füchse, die sind alle noch drin nach drei Tagen jetzt. Oder drei oder vier. Ich weiß nicht, wie lange das Ding schon da ist. Und das heißt, das Gege ist safe. Ich wollte abwarten, ob da irgendwas passiert oder nicht. Nicht, dass auf einmal ich alle Füchse verliere. Und dann habe ich wieder gar keine. Das wäre schlecht. Und ja, Leute. Dann wird es Zeit, dass wir mal hier reingehen. Und meine komplette Fuchsarmee. Eins, zwei, drei. Wie viel kann man eigentlich maximal anleihen? Gibt keine Grenze, oder? Nö, man kann beliebig viele Tiere anleihen. Es gibt noch so viele Laien, die die haben, ne? Jetzt habe ich auch sind ja durchgedingst. Ja. Boah. Man kann man beliebig viele Tiere anleihen. Was ist denn das? Wie sieht denn das aus? Äh, ja. Habe ich alle Füchse dran? So. Jetzt ist nur die Frage. Wer begeht mit wem Gassi? Gehe ich mit denen Gassi oder gehen die mit mir Gassi? Stell dir mal vor, läuft der lang. Die Füchse ziehen dich einfach komplett durch. Ja, ich will ja nichts sagen, ne? Aber. Zeit für ein Thumbnail. Das muss auf jeden Fall ein Thumbnail hier werden. Irgendwie so. Let's go. Die dürfen alle runter. Nicht, dass einer da irgendwo ein Loch entfällt. Ne. Ja, passt schon. Und hey, die ganze Armee fällt hier runter. Ja, tut mir leid. Ich finde das Bild so witzig. Es tut mir leid. Jetzt nur eine Frage. Wenn ich jetzt gleich diese, äh, Laien abbaue. Ich würde sagen, die Füchse sammeln die alle ein. Ich muss denen gleich Bären in die Schnauze drücken. Und denen die Laien wieder abluchsen. Oder. Ja. Ja. Aber kann ich überhaupt mit der leeren Hand jetzt hier ranklicken? Ja, ich kann mit der Leine klicken. Die haben mit dem jetzt alle die, die Leine in die Schnauze. Ich glaube, es hackt. So, einfach alle loslassen jetzt. Wunderbar. Ich probiere den gleich mal Bären zu füttern, noch ein paar Leinen wiederzuholen. So, alle hier drin. Schön. Dann gucken wir mal, ob wir die denn abluchsen können. Jo, alle Füchse sollten jetzt Leinen los sein. Nein, ich habe auch noch gerade hier den Effekt bekommen, Hero of the Village. Super viele Effekte gerade am Start, weil ein Raid ausgelaufen ist oben. Aber, ähm, ja. Von der Menge her muss ich sagen, geht's. Es sind nicht zu viele Füchse, dass es zu voll aussieht. Das Gehege war groß genug, das habe ich halt befürchtet. Aber die dürfen jetzt hier rumrennen, die Bären einsammeln und alles Mögliche. Und ich habe die Laien weggesnackt. Und, ja, dann baue ich mal wieder weiter, würde ich sagen. Jo, jetzt hat sich aber richtig was getan. Auch im Keller nochmal hier unten. Ähm. Schaut es euch an. Das ist eine riesige Fläche, die freigeram wurde. Ich werde auch den letzten Rest hier bauen. Vom Inhalt her, ja, ein Filtersystem hier rein, damit man entscheiden kann, äh, welche Items gelöscht werden, die durch den Hauptkanal kommen. Und da wird ja auch schon mal Platz gebuddelt. Und hier vorne die Sammelstation. Die muss ich gleich auch noch am besten machen. Im Sinne von Basebau. Muss ich mal gucken, wie groß die das machen. Also hier wird dann der mittlere Punkt sein, wo es eingesammelt wird, würde ich sagen. Mit Konkreis und Wasserbecken. Und die Items, die hier gesammelt werden, die werden noch weiter geschwemmt. Und ebenfalls mit einem Wasserstrom in das System eingelagert. Da muss ich mal gucken, wo passen wir das am besten rein. Vielleicht sogar hier hinten, irgendwie so seitlich. Items geht nach hier hinten. Zack, hier oben rein. Und dann hier in die Wand zu dem Wasserstrom, der die Items dann vor ins System liefert. Aber hier halt erst durch die Vorsortierung dann kommt. Aber da müssen wir mal ein kleines bisschen gucken. Und ich finde schon irgendwas, wo wir technikmäßig zubauen können oder irgendwie was Gutes, was wir hier reinkriegen. Jedenfalls, wir haben Platz geschaffen für unsere kreative und freie Entfaltung. Ansonsten oben, ähm, auch noch interessant. Oder was heißt, bin schon wieder zu weit oben. Na, Aufstieg verpasst. Klassiker. Ähm, einmal zur Planung. Da muss ich dann mal hier hin. Der Torbogen steht jetzt ungefähr. Soll er sein. Den werde ich noch ein bisschen ausdekorieren. Ich habe hier auch nochmal den Weg gebaut. Neben der Sugarcane Farm. Ich habe hier vorne so etwas größere Fläche. Da muss ich mal gucken, was ich hier reinpacke. Ist noch ein bisschen, ja, so, ne, offen von der Planung her. Auch, was hier rein kommt. Also, vielleicht, dass man die Beacons irgendwie sehen kann von unten. Dass sie irgendwie Glas ist oder sowas. Dass man dann da durchgucken kann. Andererseits wüsste ich dann nicht, wo dieser Felsen draufstehen soll. Ja, ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Oder zumindest so ein kleines Fenster, dass man da... Oder irgendwie was Cooles. Irgendwie so ein Rahmen noch vielleicht. Irgendwie so ein Rahmen, dass man sieht, dass hier dann der Strahl hoch geht. Ja, und ansonsten Wege und alles sind parat. Tränke hier hin. Da muss ich mal gucken, dass ich das auch mal irgendwie aufteile. Mal gucken. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich kann das auch nicht in Dreier aufteilen. Dass ich so kleine 3x3 Spots habe, wo dann ein Braustand oder so drin ist. Dann werde ich es auch noch ein bisschen verändern. Aber das sehen wir dann. Aber ja, soviel auch erstmal wieder zum kleinen Zwischenstand. Nächster Schritt. Ich habe hier mal so die grobe Form vorgebaut. Wenn man jetzt hier so runter geht. Und auch komplett ausgekleidet. Also irgendwie muss ich ja den Torbogen hier so machen. Brunnen wird getarnt. Torbogen steht. Und ich habe mir überlegt, was ich dann einfach hier so hinbauen werde. Auf das Ding. Und einmal nach unten gebastelt. Beekens kommen seitlich raus. Und hier so ein bisschen so eine natürlich aussehende Struktur. Jetzt, wenn der Fels hier so runter geht. Und dann so in die Wand rein. In so vier Richtungen. Nach vorne, hinten. So, dass es jetzt da drin verankert ist. Und wenn man dann jetzt hier durchfällt. Nach unten. Dann sieht man auch von unten, dass es irgendwie so verankert ist. In der Wand drin. Und da wird noch Andesit reinkommen. Und Mossstone. Alles mögliche. Weiter aus. Die Krüte. Vielleicht kann man auch die Liane so ein bisschen runterhängen lassen. Aber die wird dann abgetrennt. Irgendwo hier wird es abgetrennt. Damit in der unteren Etage dann nicht hier die Eskalation am Start ist. Frage noch von den Blöcken. Also auf jeden Fall hier kann man Decke machen und so. Alles mögliche. Da habe ich noch ein paar Holzslabs dabei. Wie mache ich die denn? Hier habe ich das generell gemacht bei der Decke. Gar nicht. Eigentlich müsste ich jetzt hier so lang gehen. So ein nahtloser Übergang zu dem Quarz. Oder ich belasse es so, dass hier die Decke endet. Und man dann zum Quarz hochgucken kann. Das wäre vielleicht nochmal was anderes. Vielleicht ist so ja besser. Hauen wir da wieder zu. Gehen einfach jetzt hier so um. Da kann ich auch zu machen. Und ich habe jetzt noch nicht weitergebaut. Aber da können wir mal schauen. Die restlichen drei können wir noch hier so hinsetzen. Eins, zwei, drei. Okay. So. Wenn alle Biegens nebeneinander stehen, passen die perfekt dadurch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also hier geht ein Biegenstrahl hoch. Genau hier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also auch genau hier. Zack. Perfekt. Ja, passt. Passt, passt, passt. Das ist die Biegenformation. Jetzt heißt es noch weiter dekorieren, weiter gucken. Oh, hat sich super viel getan in dieser Folge. Hat sich super viel getan. Ich habe hier nochmal ein paar Schichten abgetragen, nach hinten gebaut alles. Und ich werde jetzt auch noch hier diesen kleinen Würfel wegbauen, denke ich. Denn wir brauchen ja auch noch den zweiten Teil vom Torbogen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt am Stück machen werde, sondern ein bisschen für die Abwechslung. Das kann ich schon mal vorbereiten. Und damit hier drüben nochmal so ein Fenster sein, wo es runter geht. Dummerweise habe ich nichts, was ich da hinstellen kann. Außer Alibi-Pyramiden. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viele Beacons farmen werde, dass ich den hier auch noch mit hinstellen könnte. Jetzt will ich es wieder symmetrisch machen. Jetzt muss ich leider so machen. Also meine Base ist gebaut. Ich kann jetzt nicht mehr die Base, den Gebäuden anpassen oder dem Interieur anpassen, sondern das Interieur muss halt der Base angepasst werden. Und ja, irgendwie schwierig. Ich möchte vier Beacons haben. Aber wenn ich nur hier vier Beacons habe, dann wird das hier vielleicht unsymmetrisch, weil ich oben Symmetrie brauchte, weil ich die Symmetrie genutzt habe hierfür. Oder wir machen den anderen Bogen auf der Seite weg. Und machen, ja, sieht aber auch irgendwie doof aus. Mal gucken. Mal gucken, ob wir irgendwie was Schönes hinkriegen. Schauen wir mal, aber ist echt viel passiert. Cool. So Leute, ich habe eine Idee, wie ich die Fläche noch nutzen kann. Fällt mir mal gerade so ein. Ich habe hier auf der rechten Seite jetzt auch mal runtergegraben. Und hier werde ich dann nicht so wie hier drüben so ein Dings nach unten machen, wo dann Beacons durchscheinen, sondern ich kann es ein bisschen anders machen. Aber irgendwas brauche ich, sodass diese Stütze hier Sinn macht, würde ich sagen. Und ich haue hier mal ein Feld hin mit Potsohl, Gras, Korsdirt und Wegblöcken. Und so macht es so ein bisschen dunkler. Und hier würde ich dann auch kleine Pflanzen reinmachen, so Setzlinge. Irgendwie so ein bisschen begrünen. Hier würde ich dann aber auch Lianen reinmachen, so ein kleines bisschen und so ein bisschen klein Deko-Grünzeug-Sachen. Und Stream hatte ich mal gefragt, wie sieht es aus, wo vielleicht ein Aquarium reinmachen. Allerdings sieht man es nicht so schön. Wenn ich jetzt von hier oben so reingucken würde, ist es ein bisschen schwierig, wenn man nicht von der Seite guckt. Also das macht es nicht leicht. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal los, sammeln uns ein paar Items ein, würde ich sagen. Also minimal lags, mal bei den Chunk-Rinsen aktuell. Aber pass auf, wir können Lianen ein paar nehmen. Ja, das geht. Wir können auch da Bärenbüsche reinmachen, so ein kleines bisschen. Also es soll, ja, so ein bisschen, so ein bisschen duster sein da drin. Aber auch grün, so ein bisschen verwuchert. Eine hohe Fahne kann ich nehmen, ganz gut. Fahnen, müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwas hier übrig habe in meiner Grünzeugfahne. Also hohes Gras habe ich hier, aber Fahnen nicht. Irgendwo habe ich Fahnen noch drin. Wenn nicht, müssen wir da mal losgehen und gucken, ob wir da welche finden. Die kann man auch mit einer Schere einsammeln. Habe ich hier vielleicht irgendwo Fahne, Fahne, Fahne oder irgendwie sowas Großes? Nee, nicht. Aber Spruce-Sapplings oder sowas. Also wenn wir da einen String draufsetzen, dann werden die auch nicht wachsen. Also sollten sie zumindest nicht. Und ja, mal so ein Dark Oak. Kannst du da reinmachen noch oder... Haben wir noch ein Jungle Seppling oder irgendwie sowas? Oder dunkle Blätter können da rein. Also es darf ruhig ein bisschen zugewuchert sein. Was ist denn das hier eigentlich? Das liegt irgendwie übelst, wenn ich hier rumlaufe. Ah, da ist eine Fahne. Also auf Fahne habe ich da welche drin. Dann Spruce, links habe ich hier noch. Also so viele werde ich nicht brauchen. Aber... Oder meinetwegen auch mal im Kürbis oder irgendwie sowas da rein, was da halt wechseln. So ein kleines bisschen... So ein ganz kleines bisschen Zeug. Fäden fehlen noch. So ohne Fäden geht halt einfach mal wieder nix. Aber dann verteile ich das mal so ein bisschen. Ich fange ja an mit so ein bisschen Zapplings verteilt. Oder bei denen würde ich sogar sagen, die kommen einfach so dran. Und ich mache aber direkt den String, bevor jetzt gleich ein Baum steht. Um da hin. Dann kannst du da noch mal einmachen. Das darf so ein bisschen wirklich dreckig hier sein. So ein bisschen dirty, ein bisschen bräunlich in der Suppe. So am Ende will man auch gut aussehen. Aber ich habe hier irgendwie ziemlich versucht zu vermeiden. Irgendwie so ein paar Sachen hier zu usen als Equipment. Also Equipment als Baumaterial das Pozzol irgendwie. Ich weiß nicht, das hat mir nicht so gefallen. Verteilen wir auch mal so ein kleines bisschen. Ja, dann da noch mal drauf. Hier noch mal oder so. Also so ein ganz kleines Biddle verteilt. Oder vielleicht da noch mal ein. So mit den Blättern. Dann kannst du hier noch mal einen hinsetzen. Und... So, da noch mal. So, ein bisschen... Nicht zu viel. Wir machen das ganz dezent. Dann kommen die Farad dazu. Dürfen dann irgendwie hier so dazwischen sitzen. Da muss ich aber auch mal neue holen. Die gefallen mir noch nicht so. Ja, ein bisschen bräunlich. Kann man nur mit einer Schere mitnehmen. Ein Sicktouch abbauen sollte jetzt nicht wieder gehen. Ich hoffe, das geht aber ganz gut. Okay, das ist einigermaßen verteilt. Das reicht schon. Ja, dann auch mal hier so ein... Keine Ahnung, so ein Chumseppling oder irgendwie sowas. Und dann kommt da ein String drüber. Und dann vielleicht auch noch mal hier. Und dann ein String drüber. Dann hier drüber. Also ich habe es bei den Bäumen nicht ausprobiert. Aber ich glaube, die können auch nicht wachsen, wenn ein String drüber ist. Da ich mir nicht ganz sicher bin, nenne ich es mal die String-Theorie. Okay, Entschuldigung, nur für die, die es kennen. Ja, also ich habe nichts gesagt. So, dann passt das. Dann haben wir diese links verteilt. Das ist die Dark Oak. Hier kommt Dark Oak auch noch irgendwie mit rein. Die Dark Oak wachsen so oder so nicht. Da brauche ich gar kein String drüber setzen. Die können nicht wachsen. Weil die ja nur im Zweimal-Zwei-Feld wachsen. Wie ihr sicherlich alle wusstet. So, dann machen wir hier genau irgendwie sowas hier. So ein bisschen braun, ein bisschen düster. Und dann Lianen. Ja, platziere ich einfach mal hier. Die werden sich sowieso verteilen. Bis zum Gehtnichtmehr. Und hier willst du umher wuchern, dass man da schon gar keinen Bock mehr drauf hat. So, und dann nochmal ein paar von den Berries irgendwie so da rein. Die werden dann auch noch groß, ne? Ein bisschen stacheliges Gebüsch hier drin. Ja, who cares? Ich kann hier sogar auf die Cross-Starts setzen. Das ist schon mal nett. Das ist schon mal nett. So. Ne, dann nicht. Hier kann man den setzen noch. Okay, jetzt haben wir die perfekte Falle gebaut. Weil hier kein Spieler mehr raushüpfen kann. Würde ich sagen. Und dann hüpfen wir allerdings mal hier hoch. So, ja, ja. Mach doch noch was her. Wenn wir noch vielleicht so ein kleines bisschen... Da war gerade wieder ein Lag. Och man, aktuell habe ich wieder ein paar arge Chunk-Lags. Wenn ich irgendwie vielleicht nochmal hier so... So hochgehe oder so. Dass wir hier so ein bisschen... Ein bisschen was setzen von dem Zeug hier. So blättern. Ja, aber dann... Dann... Dann passt das doch hier. So, kriegen wir doch hin. Ein wenig da noch einen hin. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Gefällt mir. Da müssen jetzt noch andere Steine hin. Natürlich hier, andere Seed muss dazwischen gemischt werden. Mossy-Cobblestones müssen dazwischen gemischt werden. Der Klassiker halt. Aber so aktuell bin ich doch schon mal echt zufrieden. Dass es hier einfach so aussieht. Und die Frage ist, wir könnten hier mit Glass-Paints so eine Reihe ziehen. Irgendwie drüber, dass man nicht reinfallen kann. Also hier würde ich keinen gerade Übergang lassen wie da vorne. Wobei man auch hier streiten kann, Glass-Paints, ja oder nein. Kann man machen. Vielleicht auch so hellblau. Auch hier oben so Glass-Paints einfach verbinden sich nach hier vorne. Und ich glaube, das mache ich sogar. Obwohl beim Panda-Gehege, ähm, nicht. Weil irgendwie finde ich es dann nicht so schlimm oder so verlockend reinzurufen. Beziehungsweise muss man so ab und zu mal rein, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Wasser holen will oder sonst irgendwas. Und nämlich auch Seelaternen gesetzt und kein Quarz. Und irgendwie, ich finde hier geht's. Hier ist es nicht schlimm. Hinten habe ich aber irgendwie das Gefühl, da wäre eine Glasabtrennung nicht verkehrt. Genauso auch hier vorne, wo es da dann ziemlich tiefer runter geht. Und ich habe noch eine Idee, nämlich hier an den Flächen, wo ich jetzt gerade drauf, die so breit sind, ne. Wo ich nicht wusste, was ich hinmachen soll. Wie wäre es denn, wenn ich hier einfach Fahrstühle hinmache? In die untere Etage. Also einmal hier in den Fahrstuhl irgendwie so hin. Und dann, ähm, hier auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal ein Fahrstuhl hin. Dass ich immer jederzeit, wo ich langlaufe, so völlig dynamisch entscheiden kann. Okay, ich gehe jetzt runter, flupp, gehen wir runter, flupp, gehen wir hoch. Vorhin hatte ich ja zwei Fahrstühle. Hier müssen wir einfach auch noch machen. Achso, genau. Und wenn ich jetzt dabei bin, ähm, ich muss nochmal ein neues Knochenmehl holen und hier auch noch die letzten Lücken jetzt befüllen und sowas. Oder mal ein Button verwenden oder, warte, 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 was ist das? Ah, hier können wir ein paar Buttons verwenden, so als Steine. Jetzt werden da so Steine drin rumliegen. Ich kann Dead Bushes verwenden. Entweder aus der Wüste sammeln oder, glaube ich, von einem Villager, von einem Wandering Trader traden. Knochenmehl habe ich dann jetzt hier. Aber da würde ich auch nochmal recht großzügig gerade lang gehen und die Sachen da reinpacken. Das ist not too bad. Ja, schön. Also, in dieser Folge hat sich die Base massivst verändert. Hier ist ja richtig was passiert, Leute. Was ist denn hier los? Hier ist ja übelst was passiert. Sag mal so, kann ich mich nicht, äh, beklagen? Es ist, ist okay. Okay, wohl vielleicht sollte ich, beispielsweise hier, habe ich zu viel abgebaut, aber da kann wir da cleanst du ihn hin. Dann nehme ich hier mal so ein Andesit. Zack, dann kommt hier mal so ein Stein drauf oder so. Irgendwie sowas hätte ich gedacht. Gerne darf das auch am Boden rumliegen. Ne, das kriegen wir auch hin. Naja gut, jetzt, so viel zum Thema Bounmier, ne? Jetzt habe ich gar nicht mehr wirklich Blöcke, die ich mit Bounmier noch aufbounen kann. Ah, doch hier, hohes Gras. Ja, bitte. Bitte einmal hohes Gras. Kleines Gras, muss nicht sein, kann auf Potstool Gras. Nein, auf Potstool kein Gras, kostet auch. Es muss auf, es muss auf Gras sein. Okay, 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 okay. Sehr schön, das ist doch mal was. Genau, und, äh, ja, ich habe jetzt noch sieben Andesit oder so. Da kann man mal drüber diskutieren. Aber das ist jetzt nicht hier irgendwie so. Verdammt, jetzt habe ich die Liane weggemacht. Die wird aber wieder früher oder später rüberwachsen. wenigstens etwas. So, dann machen wir mal. Ne, und so, können ja mal, nein, zu viel wieder abgebaut. Den hier hin machen, oder hier kommt noch ein Andesit hin. Da kommt ein Andesit hin und dann noch ein paar weiteren Stellen auch. Habe ich irgendwo Buttons noch? Sechs Buttons irgendwie, also. Ja, ja. Kann man sich drüber streiten, aber. Dann wäre das jetzt schon mal die nächste Version davon. Ah, ja, ich weiß, die Hero of the Village Partikel, die hellen die. Nerven ein kleines bisschen, mich ja gerade auch beim Bauen, aber. Geht halt nicht anders. Vielleicht kann man da noch Stairs jetzt gleich reinziehen. Andesit Stairs, Andesit Walls kommen da noch hin. Also da muss ich noch ein bisschen das Feintuning machen. Das fehlt tatsächlich noch. Feintuning, Incoming, aber ich bin so doch schon echt, echt zufrieden. Dann würde ich an der Stelle mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Schaut da auch mal rein oder halt in die Playlist. Auch vor kurzem haben wir erst den Wither gemacht, Beak besorgt und vieles mehr. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ist per Infokarte verlinkt. Und ja, vielen Dank für den Support. Wir sehen uns im nächsten Lasskachen und tschüss. Wir sehen uns im nächsten Mal.